Ich bin mir echt leid, Leute. Ja, läuft. Läuft, läuft. Läuft. Läuft, läuft. Läuft. Ja, kommt es. Perfekt. Perfekt. Uff, Leute. Läuft. dann brauche ich noch eins mit einer ecke noch ein wie viele teile sind das denn noch hallo da ist mein eine ecke jetzt wenn wir uns um da ist noch das vom Nein, das darf man. Direkt. Immer noch ein Tag. So. Ja. Ja. Das. Uff. hast du auch direkt hast aber dieses puzzle mein lieber herr gesangsverein das ist aber auch direkt jetzt nicht mehr ganz heute Uiuiui, das war jetzt echt Kopfarbeit, wow, uff. Und ich bin schon so müde, das ist echt gut. So, der Weihnachtstag. Hat er Geschränke gebracht? Wow, ich kann mein Glück gar nicht fassen. Ein Teddybär, ein Armband. Und ich habe ein Jeep und ein Zauber-Set erhalten. So wie ein paar andere Dinge, die ich gerne wollte. Das ist wirklich das beste Weihnachten, das wir je hatten. Das stimmt. Und der Weihnachtsmann hat auch für Mom und Dad ganz viele Geschenke gebraucht. Ach, Dezenz. Also, boah, so viele Geschenke. Das sind aber ganz schön viele Geschenke. Okay. Was zum Geier ist das? Oh, eine Mömmelkiss. Wow. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Okay. 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 Gib den Hund in den Knochen. Okay. Das haben wir hingekriegt. Das ist schon mal was wert, ne? Der Schneeflug. Was ist das hier bitte? Das ist wirklich. Okay. Ich will das aber noch finden. Wenn ich hier alles durchklicken will. Egal. Aber wie ist das? Jetzt durch. Ich will das nicht, was ich hier zuerst schaffe. Okay. Ich sag ja, ich klicke echt alles durch hier. Ich finde alles, nur nicht das, was da ist. Hallo? Da ist er doch. Meine Güte. Hey? Was ist das bitte? Hallo? Das ist doch extra schwer jetzt. Was ist das? Ich kann das nicht erkennen. Hallo? Ach, das war die Kamera. Okay. Ah. Was kann man sagen? Alle? Alle? Hallo? Ach da, oh mein Gott. Okay, die haben wir alle. Das ist sehr schön. Weihnachten. Ciao. Macht meine Katze auch. Da ist der Weihnachtsmann. Hey. Hey. So, drei Zuckerstatt. Könnten wir hinkriegen? Hallo? Das ist doch. Das ist doch. Thermometer und Glocken. Okay. Das sind Thermometer. Glocken und noch zwei Zuckerstangen. Wobei ich ja sagen muss, dass das eine Zuckerstange ist. Aber ist okay. Und zwei Zuckerstangen. Glocken. Warum wird das nicht als Zuckerstange gewertet? Hallo? Stamm. Ach, die wird gewertet oder wie? Ernsthaft? Ernsthaft? Mann. Das war's. Wir hoffen, wir konnten dir die Feiertage versüßen und freuen uns darauf, dich bei Weihnachts-Wunderland-Siegen wiederzusehen. Hey. Ich wollte aber... Aber die Sachen noch alle kaufen. Ich konnte doch die Sachen kaufen. Ja. Ich habe... Es war doch noch... da zwei teile die kaufen habe ich jetzt so ein bisschen aha da wollte ich nämlich noch mal ich habe nämlich noch nicht alles das ding ist ich krieg auch nicht nein schade naja gut okay auf jeden fall haben wir das spiel durch weihnachtswunderland 6 und ich hoffe es hat euch ein bisschen spaß gemacht euch ein bisschen die weihnachtszeit etwas versüßt und dann würde ich sagen danke ich mich fürs zuschauen und wir sehen uns in einem nächsten projekt wieder macht's gut ihr süßen tschau 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 tschau